Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Wiener Fischbäuschelsuppe. Das Bäuschel, ein Gericht aus den oberen Eingeweiden von Säugetieren, meist ein Ragout aus Herz, Lunge, Milz und Leber vom Kalb, Schwein oder Wild, ist ein Wiener Traditionsgericht aus der altösterreichischen Küche. Aber nur wenige kennen die Wiener Fischbäuschelsuppe oder Karpfenbäuschelsuppe aus den Innereien des Karpfens, die dem Bäuschel aus Säugetieren an Geschmack und Köstlichkeit um nichts nachsteht. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Fischfond Karpfenkopf, die Karkasse von einem Karpfen, kleine Zwiebel, 500 Gramm gemischtes Wurzelgemüse aus Karotten- und Knollensellerie, etwas guter Weißweinessig, Lorbeerblatt, 6 schwarze Pfefferkörner, Liter Wasser. Wiener Fischbäuschelsuppe Abgelöstes Fleisch von einem gekochten Karpfenkopf Rogen von einem Karpfen 100 Gramm gemischtes Wurzelgemüse aus Karotten- und Knollensellerie 3 Esslöffel Butterschmalz Gehäufter Esslöffel Weizenmehl, Type 405 125 Milliliter guter Rotwein, zum Beispiel Bordeaux oder Chardonnay Buntfrische Petersilie Garnitur, Beilage Einige Stängel frische glatte Petersilie Croutons Weitere Zutaten Etwas guter Weißweinessig Frisch gemahlener Pfeffer aus der Mühle Salz Folgende Utensilien werden benötigt Messbecher Einige Schüsseln Schneidebrett Scharfes Fischmesser Messer Fischpinzette oder Fischzange Küchensieb Großer Kochtopf Feinsieb Hohe Pfanne Pfannenwänder Küchenraspel Küchenpapier Zubereitung Vorbereitung Karpfenfond Den Karpfenkopf sowie die Karkaßen gut säubern und unter kaltem Wasser waschen Das Wurzelgemüse waschen bzw. schälen, zuputzen und in etwa grobe Würfel schneiden Die Zwiebel schälen und halbieren Karpfenfond Das Wurzelgemüse, die Zwiebel, etwas Essig, das Lorbeerblatt sowie die Pfefferkörner zugeben und mit kaltem Wasser aufgießen Mit etwas Salz würzen und zum Kochen bringen Den Fond für 20 Minuten schwachwallend vor sich hin köcheln lassen Dann durch ein Feinsieb abseihen und den Fond bis zur Verwendung beiseite stellen Vorbereitung Wiener Fischbeuschelsuppe Das Kopffleisch vom Karpfen ablösen Den Karpfenrogen gut unter kaltem Wasser abspülen Das Wurzelgemüse waschen bzw. schälen, zuputzen und grob raspeln und mit dem Messer in feine Streifen schneiden Die Petersilie waschen, gut trocken schütteln, die harten Stiele entfernen und das Grün fein schneiden Dillrahmsuppe mit Fischeinlage